Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Der Ameisenfummler ist der Killer. Leider mal nicht mit der Nerd, weil sie auf Brüsteig gemacht hat und sie jetzt hässlich ist. Dann haben wir noch Tobias, also Mr. Nice Guy. Cindy, Diana. Hi. Und dann haben wir noch den Big Mac Gamer, den Max. Der ist doch gar nicht da. Hä? Natürlich ist der da. Warte, was? Oh. Das Lava hast du. Mach mir keine Angst, Mann. Was für Opfergaben waren das jetzt? Sie hat dich gesehen. Sehr schön. Sehr gut. Egal, ich gucke einfach kurz nach. Ein Vorteil für uns. Hä, wie sollst du denn das machen? Tja, kannst. Nö. Gar doch. Nö. Oh Gott, Alter, dieses Brr-Babu. Was? Ey, die brauchen einen neuen Lager-Screen. Ich kann nicht mehr zählen. Ich mach mittlerweile das so, dass ich versuche, so nah wie möglich drum herumzufahren mit der Maus, ohne es zu berühren. Also auch in jede einzelne kleine Spalte einmal rein und wieder hoch und wieder runter. Oh nein, ich hab's berührt. Ihr Pott-Säue, Alter. Ja, ich hab den Kitzler berührt. Ich glaub, wenn es so weiter geht, steht meine Mutterklasse in Nerd-Verkleidung und Brat vor dem Zimmer, ey. Was ist das denn für eine sexy Milf oder was? Oh Gott. Roasted. Was für Roasted? Roasted. Ich mag meine Lehrerin auch immer, was ich mir ins Getränke mischt hatte, ist cool. Cooler Ladebeink auf jeden Fall. Ja, für mich. Guck mal, guck mal, guck mal. Strich, 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 strich und der dicke Strich. bei mir ist es anders nein bei mir das strich 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 und jetzt dicker strich 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 dicker strich bei mir alter richtig strich 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 also mac und nea sind schon geil sehe ich hier gerade mit den neuen kostümen ja die nächsten personen die neue kostüme brauche springen wo kommen zur disco oldtimer kostüme da ist ernsthaft ich stelle mir gerade clodette in so einem outfit von alter wird die sonne ausgemacht wird die sonne ausgemacht ist nie sonne es ist wenn man mein kopf dann so ein sonne ausgemacht ja ja wer schick zu bühnen hat bis die ihn geht wissen wir punkte geben dann werfen wir die paletten um danke das macht bitte werfen noch mehr um danke was geht denn bei euch da so fallensteller ach so deine mama stelle alter er hat die fallen verdunkelt drin also vorsichtig ich hab schleicht dann und schneller einstellen drin vielleicht liegt es an deiner scheiß dunkelheit die fernfall sind dunkler doch 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 vielleicht liegt er am dunklen montag ich glaube es ist das schön da einiger ist hat schnell einstellen kann sogar beweisen sie sind auf jeden Fall dunkler die fallen er liegt am Mondlicht ich sehe das er hat eine Mama auch die Körner nach oben ist dann ja ja komm mal in der Nordschleife die Welt ließen So eine Falle mit dem Arsch, Alter. Bin ich eigentlich dumm, warum stellst keiner? Oh, egal. Warum rennt ihr alle? Warum nicht? Good Dad! Ach, bitte nicht. Lass sie doch leben. Sie hat ihr gar nichts getan. Doch, natürlich sind die Fallen dunkler drin. Deine Mama ist auch dunkler, wenn sie sie nehmen. Was hast du eigentlich für einen Mutterfetisch? Versteh ich auch nicht. Wir machen was eigentlich mit Campen am Haken? Scheiße, Mann. Jetzt lässt er mich liegen, die Mare hier. Ich mach sie seit Barrikade kaputt, du Opfer. Soll ich dir mal was sagen? Hier drumherum sind ganz viele Leute. Wo? Ja, Asylum ist ein schöner Keller. Oh ey, der hat alles an den Griff drin. Was ist denn der Keller? Was weiß ich bei Ihnen? Ja, ich war gerade fertig, Alter. Oder fast. Dann geh ich raus. Alter, wie geil. Was für ein Scheiß, Mann. Ich hab gesehen, wie du nur in den Keller gerannt bist, du Vollidiot. Ja, 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 ja. Aber ja, ohne Köln, ey. Was für ein Scheiß, Mann. Wer wäre jetzt scheiße? Ja, rennt einfach weg, ey. Ja. Ja, zu denn ne Falle. Vom Eingang zum Keller oder so liegt ne Falle. Falls ihr euch dann nochmal euch dazu herablasst, uns zu retten. Hier ist jemand dran. Herablasst. Boah, Alter, ich bin hier halt komplett. Geil. Hört man das so doll? Warum hört man das so doll? Hä, was ist hier denn los? Oh. Das ist doch nicht ein Erd. Was? Wo? Danke. Er hat kein Schleifstein. Ne, hab ich auch nicht. Ich bin kein Arsch. Geht doch. Scheiße. Ich hab keine Ahnung, wo Ausgänge sind. Fuck. Oh, das Ding ist ja schon kaputt. Niemals. Mach nicht arm. Ich hab' vergessene Falle vor, ich verlegen, ich wär' ganz so eingefallen. Haha, sehr schön. Oder ist das nur ne Finti jetzt? Oh Gott. Es ist doch, bekommst du jetzt hier, Alter. Aus'm Schrank? Ja, ist aus'm Schrank. Du hast doch ne Mama. Ja, dieser Mama-Fetisch, ne? Ja, wie? Ja, natürlich. Das tut mir leid. Nein! Ich mag Mama. Man merkt's. Vor allem, wenn sie gut im Kochen sind, dann sind sie besonders gut. Wollt's jetzt einfach mit mir noch verstecken spielen? Genau. Wie leucht. Riskieren nichts. Alter. Ich guck irgendwie so 20.000 Mal um diese Ecken beim Ausgang, ne? Kannst du ja machen. Aber ich find' die einfach neu. Welchen Ausgangsseiten hier? An einem von vielen. Was war denn jetzt? Ich hockte einfach neben dir und du bist an mir vorbeigelaufen. Echt? Ja! Du wirst es sehen, wenn ich die Aufnahme morgen hochlade. Mann. Geil, Alter. Richtig geil. Du warst, du warst am Ausgang, kommst zurück. Ich sitze an der Wand und du rennst direkt an mir vorbei. Ich denk so, der muss mich sehen. Ich krieg jetzt einen auf'n Arsch und du gehst einfach weiter. Und ich war's noch ein bisschen. Ich denk so, dreht er sich jetzt um und wollt mich nur verarschen? Nee. Ja, genau. Ich war kacke unter dem Schloss ja nicht. Nein, nein! Was? Null. Wo bist'n du? Sag's nicht. Ja, komm, geh. Hast du einen anderen Ausgang? Na? Alter. Warte kurz, ein bisschen interessiert kurz, weil er hier am Ausgang ist. Ich töte es nicht. Okay, hier bist du nur du oder ist hier auch Krümel? Nee, nicht mehr, am anderen. Ich wollte da schnell was tun. Lass mich nicht schlagen. Danke. Ich wollte auch noch einen hier holen, besser sagt er am Argen. Schatz, egal. Ich hab trotzdem gute Punkte bekommen. Ich nicht. Ich hab nicht mal einen Pip gekriegt. Ich hab nur meinen alten behalten. Warte, was? Ich hab auch keinen Pip bekommen. Warum das? Warte, Gott. Wie viele Punkte hast du bekommen? Oh nein. Ziele nur 1.800. Selbstlosigkeit 1.400. Zappbarkeit 1.000. Alter. Egal, ich hab keinen Pip verloren. Durchs Überleben hab ich den meisten Punkte gekriegt. Ja. Der Max ist leider gestorben. Da ist mir jetzt die Fresse gelaufen, deswegen. Schade, schade. Max, du hast einen Fertig dafür, den Leuten in die Fressen zu laufen, oder? So, dann lade ich jetzt wieder einen. Was ist? Hab nichts gesagt. Okay. Ja. Machst du die Ausnahme direkt weiter, oder passierst du hier immer? Ähm, ich mach direkt weiter, weil wir jetzt ja eh auf einer, einem fremden Land sind, wo wir ja direkt die Lobby kriegen. Und... Und... Ja. Sag dann mal einer... Ach nee, Zadek ist ja schon wieder unmuted. Okay. Dann bin ich weg, ja? Okay, alles klar. Tschüss. 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 Und tschüss an die Zuschauer. Halt die Fresse... Gehört. Warte, Tobi. Tobi. Ja? Bevor du gehst. Ich liebe das. Ach so. Du Wichser, du! Ähm... Hier stimmt irgendwas nicht. Warum? Ja, ja, ich weiß. Das ist normal bei dir. Nein, hier stimmt was mit der Anzeige nicht. Was für eine Anzeige? Hast du das nicht schon wieder gemacht? Bei mir sieht das normal aus. Nur, dass Cini fehlt. Ja, ich bin schon... Jetzt nicht mehr... Ah, Cini! Es ist ähnlich. Oh mein Gott, sind die Michael-Jackson-Krankel? Hey... Ihr Scheiße, was ist hier los? Hey, was hat die gemacht? Moment mal, jetzt muss man noch mal kurz aus der Lobby raus, was ist das hier? Lägt er mich ein? Was spielt denn jetzt Killer? Oh mein Gott, Alter! Ja, jetzt mal ernsthaft Frage beantworten. Wer macht Killer? Ah, meiste! Ich, also gut. Was ist denn da eigentlich los mit Cini? Siehst du das nicht? Sie ist weiß, ja. Ja. Ja, solange sie nicht schwarz ist. Hä? Wo ist das Problem? Nein, die Textur ist komplett weiß, bis auf die Haare. Ja, ich weiß, ich hab's doch gesehen, ich war grad kurz drin. So, jetzt sehe ich mich wieder. Wisst ihr, wisst ihr, was lustig ist? Ein Charakter mit Jake Kopf, Nea Körper und Mac Hose. Okay. Das ist echt strange. Das hab ich auch schon gesehen, Mann. Oh mein Gott, ey. Das sieht so bescheuert aus, ey. Vor allem, was ist das? Ist das eine Art Dwight oder was ist da los? Das ist ein Dwight Fairfield. Das ist ein weißer, der hat sich angemalt. Vor allem die Haare, die sind so komisch licht, als hätte er eine Krankheit. Man kann voll die Kopfhauter durchziehen. So, Dings fehlt noch. Achso, wer? Ja. Ameisen offen? Äh, nein, noch nicht, Moment. Achso. Okay, waren die. Ja, ich weiß. Moment, 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 halt mal die Fresse jetzt im Moment, danke. Ja, Alter, was ist denn ruhig? So, wirklich, ich muss kurz den Offerwing reinmachen. Was für ein, was, was? Offerwing, Opfergabe. Ja, das kannst du noch machen, wenn die Lobby offen ist. Also, stimmt. Ja, ist ja zu spät. Offen. Ist offen. Jetzt kommt mal zu mir rein, bitte. Ich brauch Freunde. Ja, Dings fehlt noch. Die dann alle nacheinander sterben. Ich bin ein böser Mann. Oh Gott, Alter. Wer ist das? Is, is, hä, was, was für is? Sie ist immer noch weiß. Ich hoffe, du bist ingame, ich hoffe, du bist ingame auch weiß, ey. Boah, das wäre so gemein. Ey, dann sehe ich dich halt, Alter. Boah, der Geist geht umher. Scheiß, die Wand. Was ist das, was du Geist sagst? Stimmt, aber ja was. Das muss ich rein, ey. Wie geil ist das denn jetzt? Ah, warte kurz. Ihr wollt es abutieren? Gut, dann nehme ich jetzt Allmcrust mit. Ich hatte was anderes drin jetzt anstatt Allmcrust, aber egal. Wir warten immer noch auf eine Person. Alter, fette Bälle. Ja, ja, ich habe gerade noch ein bisschen was eingestellt. Warum macht die Bilder von ihren Bällen, Alter? So was will ich auch haben. Weißt du, was für Bälle? Ihre dicken Dinger. Boah, ich habe die Nummer von unserer Lehrerin abkassiert, Mann. Alter. Oh, alles grün. Ja, Mann, ich habe die auch kassiert. Alter, unsere Lehrerin ist mega genial. Ich mag die, die ist auch so eine richtig junge Lehrerin. Und die hat auch, oh mein Gott, Alter. Ja, das ist so toll, dass wir gerade in der Aufnahme sind. Oh. So, Frau, so und so, wenn Sie diese Aufnahme sehen, Sie haben einen heimlichen Verehrer. Ich bin vergeben, Digga. Diese Aufnahme wird sie niemals zu Gesicht kriegen. Ich bin vergeben. Aber so schlimmer. Hättest du jetzt auch... Ich bin halt echt vergeben. Dann hättest du das nicht sagen dürfen. Ja, ich hoffe, deine Freundin guckt kein YouTube. Ja, schaut sie nicht. Wer weiß. Ja, sie schaut kein YouTube. Vor allem ist irgendein komisch Krümel-Dings da. Was soll das heißen? Ich habe in meiner Schule erzählt, dass es mit einer Frau zockt, die zwei Kinder hat und erwachsen ist. Und da haben die uns alle blöd angeguckt. Was ist daran unnormal? Keine Ahnung. Die haben uns aber alle blöd angeguckt. Weil du minderjährig bist. Ich bin also schon bei euch Thema. Ja, dann musst du meinen Kanal supporten, Mensch. Das stimmt, Alter. Ey, ich schreibe deinen Kanal morgen immer mal an die Tafel. Ja, du musst an Tafel schreiben oder klein Zettelchen verteilen. Ah, stimmt. Ich habe jetzt drei Fallen dabei. Was? Ich habe Taschen dabei. Fallentaschen. Ich kann mehr Fallen nehmen. Aber du kannst so zwei nehmen. Genau. Drei. Wenn man zwei davon nimmt, kannst du drei nehmen. Oha. Ich wollte eigentlich ursprünglich spielen. Leute, wollt ihr mal kurz sagen, wo ihr seid? Äh, ja. Auf der Map. Shut the fuck up. Ah, oh. Halt auf die Fresse. Boah, das ging mir aber auch schnell. Oh, jetzt sind sie zu Hause mehr. Ey, wir rennten da hinten. Ah, der andere Rekater. Ganze drei. Oh. Leute, hast du verloren. Du hörst gar daneben. Ich sage es nur. Bin übrigens nicht weiß. Fuck off. 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 Ich habe angerufen. Boah. Ich habe mir erschrocken. Verdammte scheiße. Oh Gott, Alter! Was für ein Gewichsgesicht, einfach nur! Ey, geil hier! Spaceman! Ja, wo bist du hin, er da? Ich hab einfach nur so ein Space-Gesicht gefunden. Ja, was wriggle ich, Alter? Fuck! Die Mühe kann ich mir sparen. Ja, rennt ihr Maden! Falle im Eingang zum Keller. Denkst du? Fenster gibt's ja auch noch. Oder so. Passt einfach auf, falls ihr mal kommt. Ja, ja, mach dir mal einen Generator. Ich stand doch gerade jemand neben mir. Was? Hast du eine Einbildung? Krähe wahrscheinlich. Ich war ernsthaft, stand jetzt gerade jemand von euch am Fenster? Ist das doch gerade im Falle, Alter? Ja, weißt du, ich hab mich immer als Slenderman verkleidet. Nee. Ach so, ich nicht. Sieht man nicht. Jetzt sprich's. Was? Ich kann es nicht nehmen. Ja, Gott sei Dank. Ah doch. Scheiße. Ja, immer dann, wenn ich natürlich Bonus-Blutpunkte fürs Überleben haben will. Na, ist klar. Der hat auch wahrscheinlich schnelleren Entitus-Fortschritt oder so. Ja, der hat deutlich schnelleren Entitus-Fortschritt. Ja, aber ich weiß nicht, was im Slenderman-Fortschritt. Dafür geht der Balken, dafür geht der Balken aber verdammt schnell runter. Du bist im scheiß Keller, was wartest du? Ja, und? Was soll das jetzt? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wow. Komm doch her. Die kommen doch. Nein! Och nein, lass mich bitte überleben, Alter. Wenigstens für die Punkte, ey. Was für ein Scheiß, Alter. Du bist ein kleiner Dreckssack. Lass mich befreien. Mann! Ey, ich will doch nur Bonus-Blutpunkte. Die kann man nur so ein Wichs-Gesicht sein, Alter. Also ins Gesicht hab ich noch nicht gewichst, aber danke. Das sagst du jetzt. Ich kannte mal einen, der hieß Kevin. Also da war dein arme Programm, der hat sich mal ins Auge gewichst. Oh schön. Ey, danke, dass du neben dran stehen. Oh, oh, jetzt hat er es auf mich abgesucht. Oh nein, was mach ich denn? Oh nein! Ich bin so blöd. Was hast du gemacht? Ich hab ab... Ich bin verlassen gegangen. Egal, man redest wird mit uns. Ähm, ja. Hm. So schön, find ich ruhig. Nein. Dann werde ich in der Zeit wenigstens meine wenigen Punkte verwenden oder so. Komm. Komm. Scheiße. Kacke. So, Leute. Dann zeig ich euch mal hier, ähm. Wow. Ich lege, shut the fuck up. Dankeschön, Arschloch. Meine Perks. Ah, ja. Ist irgendwo einer irgendwo beim Stehen? Macht Pause, um euch das durchzulesen, falls ich jetzt soweit zu schnell... Zeig's mir. Oh, er hat eisernen Griff drin, der Trainer. Ja. Wow. Interessier'n auch voll. So, Leute, ein Generator kommt. Ähm, ja. Hat hier ne Falle hingelegt. Brauch ich jetzt noch drei Level. Und dann hier, ne? Was ist das denn? Haben will, haben will, haben will, haben will. Das Fenster ist so drauf. Nein, was mach ich denn? Uh. So, mal campst du da immer noch rum? Alter, lass mich die Fein platzieren. Ich will natürlich erstmal den hier haben. Du hast doch hier erstmal die Paletten, die du umgebrochen hast. Äh, wir da an dem Haus rum, scheiße. Und danach den hier. Hä? Der campst hier die ganze Zeit rum, ey. Das ist abartig. Halt die Presse, ich hab die Paletten kaputt gemacht, du pedo. Ja, genau. Jetzt gehst du wieder zurück zum Haus. Oh nein, ich werd's wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Der wird euch nächstes den machen. Will ich den machen? Doch, dann krieg ich den noch. Oh Gott. Aber ganz knapp. Alter, was geht bei euch? Ja, es liegt einer, also du bist tot. Big MacGamer ist verletzt, hatte kränke am Haken und ist fast tot. Und äh, Zini. Anstatt, dass mir jemand mal hilft. Nein. Und Zini liegt am Boden. Achso, Zini kann sie eigentlich am Haken hängen. Äh. Mann, dein Fatty hängt auch gleich am Haken. Ne andere Chance kriegst du nicht mehr. Hier, und für dieses Ding hier... Ja, natürlich. ... habe ich... Ach, das ist so nicht wahr. Und das würde ich euch gerne in einer Aufnahme zeigen. Nein! Und dafür brauche ich, dafür brauche ich dann die Hilfe von diesen Überlebenden hier. Ähm, zu nebenbei, äh, Krümel, ich hab grad alle getötet. Ich hab mich befreit. Okay. Na, ihr seid zwei jetzt. Also jetzt seid ihr alle im Haken, alle drei. Oh, langweilig, die Runde war viel zu schnell vorbei. Es gibt keine andere Möglichkeit. Dann werde ich die Aufnahme hier einmal beenden und als nächstes bin dann ich die Killerin. Oh. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.